Alles gut, ja ist ja immer mit der Ruhe hier. Ich werde den nächsten Boss machen, ja ich habe eh keine Wahl, ich glaube ich mache das auch gleich. Aber ich bin gerade ein bisschen überfordert hier, was die von mir alle wollen. Der andere ist ja auch verschwunden. Ah ne, da ist ja. Oh Gott. Ja, gut. Die sind ja alle unentschlossen irgendwie. Ja, 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 okay. Dann... Was? Ist okay, beruhige dich. Ähm... Was wäre denn jetzt eigentlich noch eine Stadt hier, wo ich schon anfangen könnte? Da waren wir. Da waren wir auch. Das ist halt das Dorf. Hier sind wir. Da sind die anderen alle. Vulkaninsel war ich noch nicht. Ich reise mal kurz zu den Vulkaninseln. Nur mal... Theoretisch müsste es da eigentlich auch einen Anführer geben. Dass wir denn schon mal mit dir alle geredet haben. Und da vorne gibt es ja auch einen tollen Gegner. Vulkaninseln fühlt sich wie meine Dachwohnung an. Ja, ich fühle es. Ich schwitze hier auch gerade. So... Da ist das Lager. Und da ist das Dicke Döns. Ja, dann könnte ich mein Zielkristall eigentlich hier unten hinpacken. Wobei... So weit ist das eigentlich gar nicht. Dann wäre mir Zielkristall eigentlich lieber hier hinzuschmeißen. Oder hier so. Aber wir nehmen das mal noch mit. Warte. 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 Ja, gegen so ein paar Gegner kämpfen ist eigentlich auch nicht schlecht, dass wir vielleicht noch ein paar Level oder so bekommen. Ich habe das Gefühl, in dem Spiel ist jeder XP wichtig. Alles ist hier wichtig, ja. Besonders deine Ausrüstung auch. Oh nein, Fliegegegner. Oh, Fliegegegner tot. Hat die Loot? Nö. Makima regelt. Ja, Makima hilft mir sehr viel mit ihrer Magie. Das stimmt. Ein Drachilein. Gingerlein. Das muss ja eh zu der Eins, ne? Ja. 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 Ich meine, ja. Das wäre schon cool. Dann würde man freiwillig gegen die alle kämpfen. Das stimmt. Aber, aber nee. 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 Ich will das nicht. Sei doch jetzt nicht so. Aber cool wär's, ne? Ich meine, ich hab nichts dagegen, dass man ähm, dass es ein bisschen anspruchsvoller oder so ist. Ich mag es nur nicht, dass man ab einem gewissen Punkt alles komplett neu machen muss. Das mag ich nicht. Ähm, da ist ein Boss, okay. Ähm, da ist ein Boss. Aber er ignoriert uns noch. Ich muss aber auch da durch. Ach du Scheiße, was ist das? What the fuck? Ich kann mich nicht mehr übernehmen, aber ich kann mich nicht mehr übernehmen, dass ich mich nicht mehr übernehmen kann. Okay. Strike hard enough that we might not have to do this twice. Spoken to battle an endless foe. Like you. We can air the board to rush Headlock into battle. Let us launch our first enemy to determine our best structure. Okay. Okay. Sehr gut, Level. Hmm. Okay. Okay, gehen wir zum nächsten. Ach der Scheiße. Ach der Scheiße. Ach der Scheiße. Das drkop ist eine Mordow-Kalow-Kalow-Kalow-Kalow. Das muss sicher sein. Es muss sich sein. Das ist schon alles vorherisig. So ein Schwachkopf ist der Kopf, ne? Soll ich denn da hochkommen? Der hat überall dieses rote Zeug. Los, mach ich mal, Blitze! Dein Schwachpunkt ist nicht der Kopf, okay. Dann irgendwas auf dem Rücken. Ich fühle mich gerade sehr unnütz hier. Wir müssen unsere Distance halten, wenn es unnötig ist. Entschuldigung. Okay. 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 Ich heiße fliegende Gegner. Okay. So. Okay. 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 Wo ist dein Schwachpunkt? Ziemlich. Alter, ich bin irgendwie gefangen gerade. Was ist das? Ich sehe seinen Schwachpunkt nicht. Ist das auf dem Rücken? Das muss auf dem Rücken sein. Da kriegt er Schaden. Was ist da rauf? Da sind die Augen. Okay, warte. Ist echt schwer zu sehen, ja. Aber das hier? Ja, auf dem Rücken. Auf dem Rücken sind sie. Okay, ich hab's gesehen. Jetzt hab ich's gesehen. Ist schön, dass du da nicht hochkletterst. Ich sehe nix. Ich seh gar nix. Wo bin ich? Boah. Alte Sau, du. Ja, da ist schön. Auf den Drahen... raufspringen... raufspringen... ist wirklich scheiße. Was ist das? Ah! Okay, Hals und Kopf selbst sind jetzt nur noch geschützt. Okay, wo ist jetzt die Schwachstelle? Immer auf der Rücken, oder was? Komm doch mal her mit dem Köpfchen. Gott sei Dank. Hallo, Pläser hier. Was? Der hat neue Leben gekriegt. Was? Und das ist ein Greif? Warum ist da jetzt ein Greif? Warum ist da jetzt ein Greif gekommen? Warum? Verpiss sie! Du wirst mir das jetzt nicht mies machen! Was? Was? Ich dachte, ich sehe nicht richtig! Kommt da dieser scheiß Greif angeflogen! Ich meine, das ist wunderschön, aber nee, das war jetzt ungünstig. Danke, danke! Hilft dir mein Knecht gut aus? Also mein ganzes Team ist eigentlich ziemlich gut. Makima macht sowieso immer sehr viel. Ohne Makima wäre ich verloren, Tatsache. Sie hilft mir auch ganz gut. Ich drücke auch ein bisschen Schaden rein, immerhin. Ja. Wir sind ein Top-Team! So. Das hätten wir. Dann fehlt eigentlich noch der Punkt hier. Der sichtbare Punkt. Ich würde jetzt aber gerne mal wissen, warum ich immer noch nichts hier machen kann. Ich habe jetzt diesen Punkt hier besiegt, aber die lassen immer noch nicht mit sich reden. Warum auch immer. Was wollen die von mir? Ah stimmt, ich wollte ja zur Vulkan in so ein Licht. Komm ich überhaupt von hier aus dorthin? Schauen wir mal. Ja, darf ich erst mal schlafen im schweren Kampf. Ja, ist klar. Ich habe noch viel Wiederbelebungssteine, ne? Notfalls heile ich mich so komplett, als schlafen zu gehen. Oh, ich brenne, das ist ja gar nicht gut. Ähm, ich hatte doch irgendwo hier. Danke. Mutig. Ja, irgendwie muss ich ja hier. Weiterkommen. So. Ich wollte da kurz. Ne, speichern darf ich nicht. Hm, ich habe Hunger, was zu futtern. Mach das. Hm, ich glaube, das wird nicht so einfach da hinzukommen. Also auf dem Weg jedenfalls. Schauen wir mal. Vielleicht komme ich ja irgendwie noch da hoch. Guck mal, hier sieht es doch ganz gut aus. Guck mal. Guck mal. Ja, sehr gut. Wir haben es ja doch hierher geschafft. Aber die hatten jetzt keinen Anführer, oder? Eigentlich ist das jetzt auch keine Stadt. Danke, Klaus. Ich habe gerade genau wieder an den Chat geguckt. Danke, danke. Ah, okay, erste Anführung. Ja, Vater, ich sage, dann würde jeder gehen, um ein I- Wenn wir gehen, müssen wir uns erst einmal beginnen. Aber ich denke, wir sind ein bisschen kurz an die Hand, um zu tun, was zu tun. In fact, es ist ein sehr, sehr delicatteres Thema, das ich mit Hilfe benötige. Ein Blacksmith und seine Frau dweilen auf der Anführung. Ich kenne die beiden. Ich hoffe auch, dass wir sie überzeugen können. Aber wir haben ja eigentlich schon für die Gutes getan und die Frau hat es ja auch gesehen, dass wir die Wahrheit und so sagen. Ich kann nur hoffen, dass sie mitmacht, sonst ist es scheiße. Okay, wir laufen mal hin, ein bisschen Reisesteine sparen. Ansonsten müsste ich halt mehr Sachen verkaufen, damit ich neue kaufen kann. Wäre jetzt auch nicht das Problem, aber... Ich versuche noch ein bisschen Zutaten, beziehungsweise von den Monstern die Sachen zu bekommen. Zum Verbessern oder so. Muss jetzt nicht unbedingt ein Drache oder so auftauchen, aber man weiß ja nie. Ein paar herstellbare Sachen. Oh, das geht, das ist auch gut. Gut. Gehen wir weiter. Hallo, Shizu. Ich habe heute voll die gute Arbeit, kann sogar etwas zusehen. Oh, nice. Das ist gut. Nicht mal Loot hatte. Nicht mal Loot hatte. Nicht mal Loot hatte. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Oh, das ist genau. Oh, das ist gut. Blöder Fuhl, H.P. 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 Blöder Fuhl, H.P.